Sie sind echte Überlebenskünstler, Bärtierchen. Sie halten extreme Strahlung aus, fühlen sich in höllischer Hitze und eisiger Kälte pudelwohl und jetzt sollen sie angeblich sogar den Mond bewohnt sind, praktisch nicht tot zu kriegen. Aber wie machen sie das? Das Geheimnis der Unzersteuerbarkeit liegt Forschung zufolge in ihrer DNA und japanische Forscher versuchen diese Super-DNA jetzt in menschliche Zellen einzuschleusen. Was es damit auf sich hat und welche Superkräfte das Bärtierchen sonst noch hat, das zeige ich euch heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! Kakerlaken gelten allgemein als unkaputtbar. Sie sind durch ihren Schittinpatzer gut geschützt und können bis zu neun Tage ohne Kopf leben. Das ist zugegebenermaßen schon ziemlich beeindruckend, aber ein Tier kann es damit aufnehmen. Die Tardigrade, besser bekannt als Bärtierchen. Sie überstehen quasi alles. Austrocknung, kochendes Wasser, hohen Druck, eisige Kälte, ein Bad in ätzender Lösung, eine hohe Dosis radioaktiver Strahlung und sogar das Vakuum des Weltalls. Kaum zu glauben eigentlich und deshalb habe ich mir das mal genauer angeschaut. Wie schaffen es diese winzigen Tiere so unglaublich widerstandsfähig zu sein? Was lässt sich aus der DNA der Tiere herauslesen und könnte das sogar dem Menschen helfen, widerstandsfähiger gegenüber Extrembedingungen zu werden? So sehen sie aus. Allerdings sind sie nur unter dem Mikroskop gut zu erkennen. Denn das Bärtierchen ist ziemlich klein. Ihr Körper ist zwischen 0,1 und 1,2 Millimeter lang. Zum Vergleich sind Floh, der ist 2 bis 3 Millimeter lang und eine Fliege 6 bis 7 Millimeter. Bärtierchen sind wirbellose Wassertiere und wurden 1773 erstmals entdeckt. Bis heute sind etwa 1200 Arten aus den verschiedensten Lebensräumen wie dem Meer oder dem Süßwasser bekannt. Aber auch an Land hat man Bärtierchen gefunden. Zum Beispiel in Alaska, im Schlamm, einer Kläranlage oder einfach in Mosen. Die tatsächliche Anzahl der unterschiedlichen Bärtierchen wird noch viel, viel höher geschätzt, als man es bis jetzt weiß. Eigentlich benötigen Bärtierchen Umgebungswasser, um zu wachsen und sich zu vermehren. Aber einige Arten überleben auch eine fast vollständige Austrocknung. Wenn das Wasser um sie herum verdunstet, verlieren diese Arten ihr Körperwasser und gehen in einen dehydrierten Zustand über. Um in extremen Bedingungen zu überleben, versetzen sich diese Tierchen in eine sogenannte Kryptobiose. Das ist eine Art todesähnlicher Zustand, bei dem der Stoffwechsel extrem reduziert wird und nahezu gleich 0 ist. Die Bärtierchen ziehen sich dann zu einem sogenannten Tönnchen zusammen. Und so können sie dann einfach jahrelang auf bessere Zeiten warten. Und sobald die Umweltbedingungen wieder passen und die Tiere Wasser haben, wuseln sie wieder herum. Und jetzt mal ein paar Zahlen, weil ich das wirklich unglaublich finde. Bärtierchen können in diesem Tönnchenzustand Temperaturen von bis zu minus 273 Grad Celsius aushalten. Andersrum macht es den Bärtierchen aber auch nichts aus, kochendes Wasser, also 100 Grad Celsius, ausgesetzt zu sein. Dabei kommt es natürlich immer darauf an, welche Art von Bärtierchen wir hier betrachten. Es gibt extrem tolerante, aber auch weniger tolerante Arten. Ganz ohne diesen dehydrierten Tönnchenzustand leben Bärtierchen ungefähr zwei Jahre. Sie können aber ihr Leben quasi künstlich um Jahrzehnte verlängern mit diesem Tönnchenzustand. Bärtierchen halten nicht nur krasse Temperaturen aus, sondern auch Strahlung. Und hier muss man jetzt mal in Richtung DNA schauen. Die genomische DNA speichert alle genetischen Informationen und ist für die Aufrechterhaltung der normalen Zellaktivität und Vermehrung extrem wichtig. Strahlung verursacht normalerweise schwere Schäden in der DNA, zum Beispiel Doppelstrangbrüche. Und das führt zu Genominstabilität und sogar zum Tod. Aber nicht bei Bärtierchen. Einige Arten halten selbst im hydrierten Zustand noch Strahlung in Höhe von 5000 bis 6000 Gray aus. Dafür müssen sie also noch nicht einmal in ihren ausgetrockneten Zustand wechseln. Zum Vergleich. Für den Menschen sind Strahlung ab einem Wert von etwa 5 bis 6 Gray tödlich. Eine so hohe Strahlungstoleranz weist kein anderes Tier auf und das ist für Forscher natürlich ein willkommener Anlass, sich die DNA der winzigen Tiere genauer anzuschauen. Eine Entdeckung ist besonders spannend. Das sogenannte D-Sub-Protein. Und genau das haben Forscher aus Japan einfach mal in eine menschliche Zelle eingeschleust. Was genau das für ein Protein ist und was das mit der menschlichen Zelle gemacht hat, verrate ich euch gleich. Erst werfen wir noch einen schnellen Blick in Richtung Weltraum. Denn sogar da können die Bärtierchen überleben. Im April 2019 sollte eine israelische Raumsonde auf den Mond landen. An Bord einige wissenschaftliche Geräte, Schriftstücke und tausende getrocknete Bärtierchen. Vor ein paar Jahren haben Bärtierchen schon einmal eine Weltraumtour von 10 Tagen überlebt und darauf wollte man aufbauen. Die Mission 2019 ging jedoch schief. Denn die Raumsonde zerschellte anstatt auf dem Mond zu landen. Da sie aber Wasser bräuchten, um aus dem getrockneten Zustand wieder aufzuwachen, gehen Forscher davon aus, dass die Tierchen jetzt einfach dort oben rumliegen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob die nächsten Astronauten, die den Mond betreten, die Tiere einsammeln können und ob die dann wirklich auf der Erde wieder zum Leben erwachen. Aber zurück zu der DNA und vor allem zum D-Sub-Protein. Bestimmte Arten von Bärtierchen sind extrem strahlentolerant. Da die DNA ein Hauptziel von Strahlenschäden ist, haben Forscher angenommen, dass die Bärtierchen irgendwelche Proteine besitzen, die mit der DNA verbunden sind, um sie zu schützen und zu reparieren. Und tatsächlich hat man das sogenannte Damage-Suppressor-Protein, also kurz D-Sub, gefunden. Und dieses D-Sub-Protein, das lagert sich an die DNA an und kommt nur bei Bärtierchen vor. Das ist also komplett neuartig. Generell wurden bei der Genanalyse der Bärtierchen einige einzigartige Gene entdeckt. Und für die Forscher sind das alles potenzielle Quellen für Toleranzgene und Mechanismen, die sich auf andere Organismen wie uns Menschen übertragen lassen. Und so haben die Forscher aus Japan das auch mit dem D-Sub-Protein versucht, indem sie es in kultivierte menschliche Zelllinien eingeschleust haben. Bei einer anschließenden Bestrahlung konnte dann tatsächlich beobachtet werden, dass die Zellen mit dem Bärtierchen-Protein nur halb so viel DNA-Brüche erlitten, wie sie es normalerweise tun würden. Normale Zellen würden spätestens vier Tage nach der Bestrahlung absterben. Die Zellen mit dem D-Sub-Protein blieben aber aktiv und vermehrten sich sogar wieder. Interessant ist hier vor allem die Tatsache, dass die Forscher unmittelbar nach der Bestrahlung sehr viel weniger DNA-Doppelstrang-Brüche entdeckten. Die Zeit war viel zu kurz, um DNA zu reparieren. Und das zeigt, dass das D-Sub-Protein die DNA nicht repariert, sondern tatsächlich schützt. Noch krasser war die Schutzwirkung des Proteins bei ätzendem Wasserstoffperoxid. Bei den Normalzellen wurden 71% der DNA zerstört. Bei den D-Sub-Zellen waren es nur noch 18%. Das D-Sub-Schutzschild für die DNA sorgt also nicht nur für eine bessere Strahlentoleranz von menschlichen Kulturzellen, sondern schützt die DNA im Allgemeinen vor Extrembedingungen. Eine Betonung liegt aber leider auf Kulturzellen, denn dieser Versuch ist nur bedingt auf den gesamten menschlichen Körper übertragbar, da die Zellen für den Versuch so stark verändert wurden, dass sie sich eigentlich eher wie Krebszellen und nicht wie normale Zellen verhalten haben. Aber fest steht, die DNA von Bärtierchen ist für Forscher eine echte Schatztour unbekannter Gene, die die Tiere so unglaublich widerstandsfähig machen. Und vielleicht lassen sich einige Mechanismen auch auf den Mensch übertragen. Ich finde diese Bärtierchen auf jeden Fall ziemlich faszinierend. Und eine Sache, die ich auch faszinierend finde, sind Pflanzen. Und Pflanzen können Schmerzen spüren. Dazu habe ich ein Video gemacht. Klickt mal an, schaut euch das an, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.